Willkommen liebe Clasher bei mir, dem Thorsten Rattuto beim Clan True Warriors 2A. Ich lasse mal ganz locker einen Angriff hier von Storm Teddy auf ein Rathaus 9 hier im Hintergrund laufen, während ihr meine Stream Ankündigung für heute Abend seht. Also ich bin wieder live mit euch dabei aus verschiedenen Perspektiven und aus, also nicht von der Kamera her, aber mal wieder von den Clangeschehen her, was RH9 betrifft, RH7 denke ich auch, RH10 betrifft, aber ich habe was ganz Besonderes mit euch vor, das werde ich euch gleich verklickern und denn ich habe mir gedacht, du kannst ja nicht immer irgendwo hier so bei dir so ganz allein im Kämmerchen sein, deswegen, ich habe einen Freund, ich habe einen einzigen Freund, ja also mit dem Account hier habe ich einen einzigen Freund, den zeige ich euch gleich und was es mit dem auf sich hat, das gucken wir mal einfach nach dem Angriff hier, ich lasse den Angriff einfach mal jetzt auslaufen, denn ich freue mich ganz ganz besonders, muss ich sagen, wieder auf den Samstag Stream, der wird so circa, ich denke mal 20, 30 beginnen, wenn er dann etwas eher anfängt, dann werdet ihr das sicherlich mitbekommen, das weiß ich noch nicht genau, je nachdem wie ich dann am Samstag, also heute Abend zu Hause bin, aber ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Morgen, ist ja sehr unüblich, dass ich mal um 9 Uhr ein Video raushaue, aber ich habe euch ja von meinem Freund erzählt und meinen Freund, ich habe nur einen Freund, den hier nehme ich nicht, sondern es ist der hier, das ist der Avatar, ganz armes Licht hier, hat nämlich keinen Clan, ja der hat keinen Clan und der hat ganz ohne Grund keinen Clan, also den hole ich hier gleich rein, so ein bisschen zum Event spielen, aber dann schmeiße ich ihn auch wieder raus, denn ich möchte mit dem Avatar in eure Clans rein und Truppen schnorren, vor allen Dingen Walküren oder auch was anderes, denn ich möchte wirklich jetzt mal mit dem Account hier so weit kommen, dass ich den King endlich auf Level 30 ziehen kann, ja und was liegt es da näher, als mir eure Clans anzuschauen, vielleicht sehen wir den einen oder anderen guten Fight, aber ich werde bei euch reinkommen, um zu schnorren, ihr schnorrt bitte bei mir und ich schnorre bitte bei euch, also so wird das Ganze denke ich mal ablaufen, wir werden auch in die anderen Dörfer reinspringen, gar keine Frage, dann seht ihr wo der Thorsten auch im Moment abhängt und was die anderen alle so machen, denn der Thorsten spielt dieses Wochenende keinen Clan Krieg, aber er ist gut aufgehoben, das sei euch versichert und ich freue mich total, dass ich mit dem Account hier zumindest bei euch kurz mal reinschnuppern kann, kurz mal Truppen schnorren kann, einen schönen Angriff machen kann, denke ich mal, ihr sicherlich auch ein paar Truppen von mir bekommt, sie werden nicht Max sein, aber ich glaube das ist egal, das ist mir ja auch egal und also auch wenn ich in einem Clan Level 2, 3, 1 komme und schnorre, möchte ich einfach nur die Clan Book voll haben, ich mache meinen Angriff und dann ziehe ich einfach weiter, so werden wir den Stream haben, denke ich mal, ich hoffe es mal, ich weiß nicht, ob dieses Konzept funktioniert, aber ich freue mich da total drauf, es ist mir irgendwie so überkommen heute, ich habe gedacht, Mensch mit dem AFA bist du jetzt Clan los und was machst du denn jetzt mit dem, ja da kam mir einfach die Idee, ich komme zu euch und schnorre, also schon haben wir ein Stream Motto, ich finde irgendein Motto muss man immer haben, ich freue mich auf jeden Fall auf euch heute Abend und verpasst nicht das 12 Uhr Video, das kommt natürlich auch, also diese Folge hier ist ganz von ab, ihr seht es auch im Bildchen, es ist eine Stream Ankündigung, aber diesmal als kleines Video und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto Clash. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.